Dr. Beta Budenhofer und Dr. Dr. Rudolf Eichinger sind das Dream Team im Bereich der Kiefer- und Gesichtskirurgie und Implantologie. Die großzügige und modern ausgestattete Praxis in Wels macht es den Patienten leicht, sich zu entspannen. Die angewendeten Verfahren wie die 3D-Röntgenschichtaufnahme und die minimalinvasive Chirurgie befinden sich auf dem neuesten Stand der Technik. Ob Ultraschall- oder Laserkirurgie, Sofortzahnimplantate, Wurzelspitzenresektion oder Botoxbehandlung. Hier befinden Sie sich in den erfahrenen Händen von Spezialisten, die jedem einzelnen Patienten ihre volle Aufmerksamkeit schenken.